Willkommen zu einem neuen Bellwos auf dem Bergwerk Ich bin jetzt alle rumsteht, ne? Okay Ist egal Heute mal wieder in der 1.8 Äh, hier Nachdem wir das letzte Mal in der 1.9 waren So, next try und der erste hat verlassen Oh Gott Ach Gott Ey, wer kommt doch so nie in die Mitte? Hm, der baut sich zum Eisen Wir sind doch der einzige mit 3 Spieler Was uns jetzt nicht unbedingt Äh Weniger zum Ziel macht Als das, dass wir noch kein Gold haben Brauche ich jetzt mal normal Oh Gott So, natürlich wäre es jetzt am schlauesten direkt zu einem Team zu gehen Ich weiß halt nicht, ob das bei 4 Leuten so schlau ist So, jetzt Geh mal runter da Äh Ich hab den zweiten Die Scheine noch nichts Was war das denn? Wer hat denn das so gebaut? Ach Leute Och Ach Ach Detail Aber nicht Scheine noch mal Ich hab den Ja der ist gerade nur rot rot baut sich in den tod so nummer eins ach der rennt durch ja pack mich zurück bitte kill ihn kill ihn das finde ich aber nicht hier ist aber nichts doch hier ist was ja je mehr desto besser hier haben die goldspawner reduziert das war glaube ich nicht etwas länger her da ist grün und da sind wir so schießt ihr auf mich warum rennst du nach links so dann haben wir jetzt endlich unser bogen first try gott sei dank und jetzt brauchen wir noch ein bisschen rüstung und ein schwertchen dann so der ist natürlich das ganze eisen geklaut hätte ich mir jetzt nicht anders von die erwartet danke dass du mir eins rück gelassen hast tschüss zwei ich hätte ja mindestens vier na die rennen da hinten lang oder ja drei eins noch dankeschön oh da kommt ein pfeil so rot ist nur noch zu zweit und ne so eine rüstung hat ihm eine kiste aufgestellt ne nimm du mal da ah ich habe noch ein eisen ich brauche das nicht ne so eine nase kratzen nicht runter fallen nicht runter fallen nicht runter fallen weiß nicht ob die gelben noch einen bogen haben sonst würde ich die mal auslöschen wobei jetzt wenn der rote da ist hm ich meine es wäre schon lol von wo kam der jetzt von wo kam der schlag hä ah ok aber wir haben jetzt rot indirekt vernichtet wir sind doch blau oder ja hab jetzt den gold ja toll packt die doch in die kiste ja das hat sich noch gelohnt ich weiß dass ich das auch immer mache aber es ist ja egal ja finde ich ja schön was ihr alles habt aber äh ich könnte mal was gegen die gelben machen ja mhm ja mhm ist ja nicht so als ich logon ne oh wenn man halt nicht treffen kann wenn ich zwei millimeter vor dir stehe ja hallo freund ja hallo freund ich bin weg schade ja noch mal schaden bekommen danke für dieses toll programmierte produkt ne will ich nicht ne will ich nicht ne will ich nicht ne will ich nicht ja hab reingeschaut bringt mir aber nichts aus dem messer schau in die kiste bitte deutsch unterricht mit daniel ja was man man team gelb in mitte Wer hat das geschrieben? Hamdrager oder Tobias? Tobias, okay. Ein gelber, okay. Geht er nochmal runter. Da unten wirst du jetzt auch mal bleiben. Da ist ein gelber, da ist ein gelber. Und da sind die anderen zwei. Tschüss. Ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Und ich war auch nie da. So. Ey, boah, sieht das noch Kilo raus von mir. Ja. Nice. Hat jetzt ehrlich gesagt für mich sogar ein bisschen nach Hex ausgesehen von mir, aber... Ich weiß es ja nicht, deshalb ist das ja okay. Och Gott. Mhm. Und dann kriege ich wieder mein Logo und habe, kriege ich dann wieder zuerst den Hit. Ach Gott. Dankeschön. Dankeschön. Das nehm ich mir auch mal. Also, direkt habe ich ein Team ausgelöscht und indirekt sogar zwei. Ja, das finde ich schlecht. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen hiervon, damit ich mir eine Spitzhacke kaufen kann. Und noch die Lederrüstung. Denn die Lederrüstung bringt fast genauso viel. Aber nur fast. Wie die... Andererüstung. Zack, Havin. Okay, wenn der andere jetzt nicht da durchrennt, dann... Ja, ja, hallo. Bist du so schnell... ...wieder hier hingekommen? Äh, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Weil ich meine ganze Ausrüstung wieder verloren habe. Aber... Ist mir egal. Ist mir einfach egal. Ah, ah. Das ist immerhin noch ein faires 3 gegen 3 Match. Ah. Ah, noch eine Spitzhacke mehr brauche ich nicht. Äh. Was mich gerade ein bisschen aufregt ist, dass die die Mitte haben. Hat sich aber dadurch eigentlich schon erledigt. Und da kommen gleich zwei Free-Kills auf mich zu. Das ist hier mal der erste. Der ist gerade nicht ernsthaft nicht von mir gekillt worden. Und das ist der andere, der hat ein bisschen hier gehangen. Das ist auch eh schon fast der letzte. Treffen muss man halt, wenn man jemanden runterschubsen will. Ey, das war für mich schon mein Tod da. Okay. Und der letzte ist da drin in der Mitte. Den hole ich mir auch noch. Oder ist er, ne? Ja, das ist er. Ja, du geh mal da rüber. Kein Problem. Männer, 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 Männer. Ja, danke. Gut, das war jetzt eine 15-minütige Runde. Das sollte kein Problem sein. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.